Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Entschrouded. So, ich muss mir mein Loot wieder zurückholen. Ich muss hier 81 Meter, wo war das? War das hier? Wo war denn das jetzt? Keine Ahnung, ich muss mal hier durch. Hier war das nicht, das war das Gefängnis. Oh mein Loot. Wo war das? Wo war das? Das war hier irgendwie da unten oder was? Oh, Pflanze. Wo war das? Was ist denn vorhin mit mir? Ja. Meine Fresse, Junge. Och Mann. Ich brauche meinen Buff, Leute. Da habe ich schon zwei Dinge. Ich muss dieses miese Stück wegkriegen. Hallo. Ich brauche meinen Buff. Hilft nicht. Ich muss besser blocken. So, hier ist Buff. Den muss ich erstmal nehmen. Wie viele? Ich habe noch genug Pfeile. Okay. Weil damit könnte ich ja theoretisch auch arbeiten. Ich muss irgendwie von den Dächern versuchen, den wegzumachen. Diese grünen sind richtig übel, ne? Also, Halleluja. Ehrlich. So. Warte, 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 warte. Hier hin. Äh, Schnellreise. Ich hätte noch reparieren müssen. Ähm... Komm ich irgendwie über die... Es wird doch noch dunkel. Ich raste aus. Äh, komm ich irgendwie über die Dächer... ...lang. Hier bin ich jetzt gestorben. Der andere wird wahrscheinlich wieder zurückgelaufen sein. Vermutlich. Da bin ich gestorben, ne? Da bin ich gestorben, ne? Oder ist der noch hier irgendwo? Wieso kann ich denn hier nirgendwo hoch? Ah! Ah! So, wo war das? Muss... Muss hier über die Dächer kommen. Das geht nicht anders. Ja, genau so. Also, richtig gut. Hm. Perfekt. Geradezu. So, hier rüber. Da war die Mutti. Aber da vorne ist so ein... Dingens. Hä? Was soll das denn? Wo muss ich hin? Ich sehe das schwer kommen, ne? Ich sehe das schwer kommen, ne? Ja, ja, ja. So, ähm... Hier rüber. Zwanzig Meter. Wo ist der? Der ist hier unten irgendwo, ne? Wo ist der? Der ist hier unten irgendwo, ne? Wo ist der? Der ist hier unten irgendwo, ne? Ich habe den doch gerade gehört. Ha! Hier drin noch? Aber der Grüne ist hier nicht, ne? Warte mal, da drüben ist auch noch ein Dings, ich könnte also von einer Seite zur anderen rüber. Ah. Komm doch raus, bitte. Darf ja nicht runterfallen. Was ist denn mit denen? So, komm, bleib einfach stehen. Wir machen das jetzt einfach, wir bringen das zu Ende, alles klar. Und du, du mieses Stück, komm her. Boah. Halleluja. So, jetzt brauche ich was zum Schlafen. Oh, sehr gut. Ich habe was zum Schlafen. Ruhig noch meinen Loot. Puh. Ja, sehr gut. Ähm, mein Loot. Ein bisschen was einsammeln. Ne? Hier Zeug. Gebt mir einfach alles. Perfekt. Ja! Ah! Hey! Nein! Wollt ihr da nicht runter? War ich hier eigentlich, hier war ich schon drin. War hier noch irgendwas spezielles? Ein kleiner Balkon. Ach so, guck mal, mit Feuerstein sieht der Balkon auch ganz nice aus. Ist das eine Geheimtür? Nein. Wer hätte ja sein können. So. Gehe ich da nochmal schnell gucken, was hier noch so ist. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe alles von Irrwurzburg. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht ganz sicher, ob hier noch irgendwo vielleicht... Ach nee, halt. Ähm, irgendwas liegt, was ich hätte finden müssen. Waren wir bei dem Gebäude da hinten komplett drin? Ich gehe nochmal kurz durch. Komm ich hier überhaupt durch? Ne, da muss ich oben lang. Hier. Wirklich schön, das hier aufzubauen, Leute. Mit sehr viel Licht natürlich. Das wäre, glaube ich, schon... Ach ja, hier war eigentlich alles klar. Aber in dem Gebäude hier drin war ich noch nicht, bin ich der Meinung. Hier in diesem. Ne? Ach doch, das ist ja... Da war ja die Mutter drin. Ne, alles klar. Gut, da waren wir ja schon. Hier unten war ich auch schon. Das haben wir alles abgeschlossen. Ich glaube, wir sind durch hier bei Irrwurzburg. Ich glaube, hier ist einfach nicht mehr. Wenn ich mich irre und ich hier vielleicht irgendwas übersehen haben sollte... Sag Bescheid, ne? Gut. So, das haben wir also abgeschlossen. Was ist das hier? Soll ich da nochmal schnell hinlaufen? Wie weit ist das? 500 Meter? Mal gucken. Oh nein. Ui. Hallo. So, 400 Meter. Ich guck mal kurz, was das ist. Der Helm sieht irgendwie kacke aus. Gefällt mir überhaupt nicht. Ich bräuchte wenn dann auch noch den Rest von der Rüstung. Ah. Gute Nacht. So. Was haben wir denn? Ist hier irgendwie ein Weg? 300 Meter. Mal sehen, was das ist, Leute. Acht. Keine Ahnung. Könnte natürlich wieder im Miasma sein. Das sieht mir auch ganz nach Miasma aus. Habe ich einen Miasma-Trank? Habe ich natürlich nicht mit. Das ist eine gute... Hier sind so viele. Ich gucke mal kurz. Ey, na? Bogenschützen. Ich brauche eh noch Miasma-Sporn und sowas. Das ist, glaube ich, sogar eine sehr, sehr gute Idee. So, wir laufen mal hier lang. Was auch immer uns hier erwartet. Was könnte das sein? Ach. Nee, ich glaube, hier ist... ...ein Dungeon. Ja, hier ist ein Dungeon. Hier brauchen wir gar nicht weiterlaufen. Die Dungeons sind einmal hier, soviel ich weiß. Und hier. Ja, 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 ja. Das können wir direkt lassen. Na gut, ich kann hinlaufen. Dann sehen wir das wenigstens einmal. Aber ich gehe da nicht rein. Wir können den ja einmal aufdecken, ne? Wenn das denn wirklich hier ist. Oh, ähm... So, 100 Meter. Hier gibt's Bernstein. Wow. Machen wir mal einen Wegpunkt, ja? Dass wir hier... Ähm... Haben wir hier noch einen Wegpunkt? Ich möchte gerne einen Wegpunkt setzen. Hier. Marker erstellen. Wir machen... ...den hier. Und wieder so. Und dann wissen wir, hier ist irgendwas Wichtiges. Bernstein. So, nehmen wir mit. 38 Meter. Kann das sein. Ähm... Dass wir da gar nicht hinkommen von hier aus. Oh, hier. Das ist kein Dungeon. Was ist das denn hier? Zeit wiederherstellen. Brauche ich noch nicht. Oh. Was ist das denn hier? Oh, fuck. Boah, Junge. Wer war er denn? Ähm... Hier gibt's doch diese Pilze. Die können wir, glaub ich, aber selber anbauen. Ist hier raus. Ich hör doch hier irgendjemanden. Ich hör doch hier irgendjemanden. Oh mein Gott. Ich muss die Zeit wiederherstellen. Wo ist die Person? Okay, wo ist diese Person? Ich muss... Geh mal kurz runter. Wo kann ich die Zeit nochmal wiederherstellen? Ich muss gucken. Hier ist es nicht. Oh. Was ist woanders hin, ne? Wo war das? Hä? Das muss hier irgendwo sein. Ist irgendwie ein weiterer Durchgang. Steine gesammelt. Toll. Hier geht's nicht weiter. Okay, ich lauf jetzt nochmal hoch. Da haben wir eine Fackel. Brauche ich hier irgendwas übersehe. Oh mein Schwert. Ach, da oben. Oh mein Schwert. Oh mein Schwert. Oh mein Schwert. Ach, da oben. Aber wie komm ich denn da hoch? Gar nicht. Na gut. Ach hier. Warte. Hab's doch gerade gesehen. Meine Fresse. Here we go. Here we go. Sehr gut. Leck mich am Arsch. So, ich hau jetzt ab. Tschüss. Ich komm hier nicht mehr raus, ne? Ich glaube, ich komm hier nicht mehr lebend raus. Oh, ist das Problem? Wie komm ich hier raus, meine lieben Freunde? Hier muss irgendwo ein Ausgang sein. Ich komm mal nicht aus dem Miasma. Scheiße. Was machen wir da? Was machen wir da? Ich bin echt tot. Ich bin echt tot. Scheiße. Ich muss hier raus. 50 Sekunden. Come on. Gib mir bitte. Oh, ich muss hier raus, Leute. 30 Sekunden. Finde einen Ausweg. Ja, ja, ja. Oh, sieht gut aus. Oh mein Gott. Wie knapp kann das sein, ey? OMG. Und da ist tatsächlich der Dungeon. Gehen wir jetzt natürlich nicht rein. Das ist nämlich, glaube ich, der zweite für Level 20. Ähm, der erste, dann gucken wir mal, ob wir den, äh, Zeitnah mal machen. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Oder ist das der erste? Ne, das ist der zweite. Ja, haben wir den jetzt hier offengelegt? Ich weiß nicht, was das hier ist. Also hier ist jetzt der Dungeon. Aber ich denke mal, dass das das Ende des Dungeons ist. Ich weiß nicht, was das für ein Fragezeichen hier gerade ist. I don't know. Irgendwas habe ich auf jeden Fall übersehen. Ich gehe jetzt erstmal nach Hause. Leute, das war aufregend hier. Oha. Ähm, ja. Einmal, ich habe meinen Loot geholt. Schnellreise nach Hause. Halleluja. So, reparieren. Ähm. Kurz nochmal Ressourcen runter. Habe ich denn so viel? Oh, so ein bisschen was, ne? Was mache ich? Ah, hier habe ich noch einen Mutterkopf. Brut-Mutterkopf. Äh, ja. Ich glaube, es wird echt langsam Zeit, dass ich die Lager mal fertig mache. Warte mal, die Mutterkopf kommt hier rein. So, haben wir zwei. Dann haben wir zwei von den Brut-Donner-Wüstling-Köpfen. Wieso habe ich denn zwei von denen? Wann habe ich denn noch einen kaputt gemacht? Hä? Dann haben wir hier den Gladiator. Da können wir uns immer noch so schöne Profäen ransetzen, ne? Geisterhaft der Magie-Schild. Brauche ich den? Ist der irgendwie notwendig? Stufe 15. Güterhelm behalte ich. Ich glaube, ich werde den auch erst mal aufsetzen. Kann ich hier irgendwas rausschmeißen? Kämpferhelm? Stufe 8. Der kann eigentlich weg, ne? Löschen. Obwohl, ich habe ja gesagt, ich möchte die aufheben. Als es irgendwann so eine Puppen gibt, die man anziehen kann. Das wäre halt auch super. Aber hier, der Helm, der passt jetzt halt gar nicht, ne? 23,15. Sechs Parierkraft. Gelegenheitsschaden. 23. Beides 23,15. Guck mal. Stürze dich kopfüber in die Schlacht mit diesem Kriegerhelm. Nehmen wir den. So. Okay, kann ich hier irgendwas rausschmeißen? Die Kiste ist einfach zu klein. Die Ringe braucht doch eh keine, oder? Mana Ring? Keine Ahnung. Was ist hier mit den Dingen? Episch. Lehrlingszauberstab. Stufe 11. Den brauche ich nun wirklich nicht mehr. Inferno. Feuer. Legendäre Waffen hebe ich auf, ne? So, dann kann ich den da rein machen. So. Gut. Okay, dann packe ich jetzt den Schnulli hier noch weg. Vielleicht auch alles vorne und hinten nicht. Wir brauchen mehr Platz. So. Okay. Das kommt zur Bäuerin. Das muss hier irgendwie noch rein. Bäuerin. 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 Das kann hier noch hinein. Und verbannt auch. So, das bleibt hier. Wir sollten auf jeden Fall einen Miasma-Trank immer mitnehmen. Das ist wichtig. Diese Dinger können wir eigentlich auch mal verwenden zwischendurch. Gerade wenn schwere Kämpfer da sind. Helles Irrlicht. Ja, wäre auch gut. So. Das Zoll kommt zur Bäuerin. Und muss ich jetzt mit jemandem reden? Ich habe gar nicht geguckt. Irgendwie müsste ich doch jetzt bestimmt reden. Voll. Ah, hier diese Pilze. Haben wir keinen Platz mehr für, ja? Hm. I see. Hä, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich hunk. oh nein was machst du denn so ich habe irgendwie auch habe alles über geballert okay sehr gut okay so ich guck mal kurz bei der bäuerin ich weiß nicht für wen ich hier zum beispiel zum beispiel keine kein gesprächsbedarf bei denen auch nicht und bei der jägerin auch nicht keiner will mit mir reden wieso kriege ich keine neuen quests leute die keine neuen quest es ist wirklich nur noch lichtenstein jetzt übrig ne vier obelisken forschung muss ich nur wo ist das hier wo ist das das ist säulen ja aber das ist ja wahrscheinlich dort wo ich gar nicht hinkomme aktuell das heißt wir müssen als nächstes lichtenstein machen da gibt es ja dann auch den den topf den würde ich als erstes anpeilen dass wir uns die feuerstelle organisieren welcher ist jetzt die feuerstelle welches davon ist jetzt die feuerstelle hier ist der hier erkunde die hallen erloschen das ist was anderes erreiche die hauptstadt leuchtenstein muss ich den dünn hier wegnehmen das wahrscheinlich unten und ich vermute mal die feuerstelle der bäuerin ist hier was wird es sein so wir sind wieder fertig hier ist alles durcheinander so ein scheiß so das sieht gut aus das ist alles da ausgeruht sind wir auch relativ aber oder warum wir na ja doch ich würde sagen wir gehen in der nächsten folge noch mal nach wir gehen noch mal nach lichtenstein oder leuchtenstein wie heißt das jetzt leuchtenstein ja wir gehen einfach hin würde ich sagen einfach mal gucken wie es aussieht und wie wir uns dort schlagen bräuchte auch mal ein paar fähigkeiten irgendwie punkte oder wir können ja einmal gucken gehen nächste folge und dann machen wir vielleicht erst mal die fragezeichen fertig die ja alle noch offen sind diese hier das hier das hier das sind ja noch so ein paar das sind aber wahrscheinlich alles diese wurzeln da kriegen wir aber fähigkeiten punkte das ist gut sollen der schöpfung da können wir noch hingehen aber wir müssen erst lichtenstein machen und diesen irrwürmen diesen diesen wüvern da weg machen ich habe ihn live noch nicht gesehen weil ich war ja hier auch noch nicht da aber ich habe schon was davon gesehen und ich habe ein bisschen bammeln muss ich sagen ich hoffe dass ich irgendwie mit feier und bogen rankommen mal sehen keine ahnung wir werden sehen wie das läuft bin schon sehr gespannt ich bedanke mich auf jeden fall für zuschauen ihr lieben und freue mich auf die nächste episode mal gucken was wir da so alles treiben werden macht's gut tschüss